Ein wichtiges Objekt ist die Natur, die überall zu sehen sind, zum Beispiel eine Mauer und ein Himmel und eine Brülle. Ich betrachte sie als etwas mehrwendiges Aus Sicht. Ich ständig verwendet, wie Bilder vermitteln, zeichnen eine Realität der Vergangenheit und ein Gedächtnis der Vergangenheit, eine Mischung aus Fotos und Zeichnungen. Ich komme aus der Stadt Kachiman, die ganz südlich von Japan ist. In der Mitte der Stadt gibt es einen aktiven Vulkan, die überall tausendmal im Jahr ausspricht. Aber die Menschen hatten das nicht für ungewöhnlich. Sie wissen, damit umzugehen. Mein Thema live ist ein vernommen, die Natur und Natur ist Leben. Ich möchte mich gleich bedanken bei Frau Raman und allen Leuten, die hier bei dieser Ausstellung mitgehalten haben. Also, vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Shintay Takeda. Wenn ich klein war, habe ich in Jüsseldorf gewohnt für fünf Jahre. Aber jetzt bin ich in Tijuana, Mexiko. Und jetzt möchte ich nicht... Ich habe vergessen, alles Deutsch. Also, wenn ich in Englisch spreche kann, vielleicht ist es okay. Ich hoffe. Also, ich habe mich mit Anna. Last Jahr, wir haben die Performance mit Sayonara-Genpa-Düsseldorf, die einige Mitglieder hier sind. In Oberkastel Bridge. Wir haben viele, viele Sunflowers aus der Bridge, als Teil der Anti-Nukleaire-Protest. Und dann, von da, sie hat mir erzählt, Mana hat mir erzählt, über dieses Projekt von hers. Ein Poster Projekt. Also, ich habe gedacht, ich habe gesagt, wir machen etwas sehr groß. Wir müssen, weil sie will alles machen. Und dann, das war eine große Tragedie. Also, viele Leute, ich denke. Und ich denke, diese Poster, ich denke, ich denke, zu mir, wirklich, wie viele, alle über die Welt, fühlten, dass etwas, etwas, in der Hörst. Und ich denke, die Designers, ich denke, die Designers, sie versuchen, alles, zu machen, So, ich denke, ich bin sehr, bei dieser Artistische Power, von ihrem Projekt, und wie, die Leute, sie, zu tun, und dann, zu tun, sie, zu tun, und viele Leute, zu tun, aber nicht, zu tun, so, in order, zu unterstützen, dieses Poster Projekt, wir, auch, mit Yumi, Matanabe, und, zu machen, diese Exhibition, die, die, nach dieser Postel Walls, und wir, die, 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 in der Implöse, die wir, den Folgen, die, 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 Die Erklärung ist auf der Text geschrieben, aber die Idee ist, dass wir in der Zukunft schauen wollen, dass wir auch in der Geschichte sehen wollen, wie wir Hiroshima und Nagasaki erlebt haben. Und jetzt haben wir eine sehr andere Sache erlebt. So, es ist so obvious für einige Menschen, aber es ist sehr schwierig für uns zu sehen, diese Zeit von 67 Jahren. Es ist nur eine kurze Zeit. Aber jetzt sprechen wir über 20,000 Jahre für die Half-Life, diese Radiation. Wir müssen wirklich auf die Geschichte schauen, und diese Erinnerung. So, wenn wir den Exhibit öffnen, ich möchte, dass alle auf die Schuhe-Cover und alle auf meine Art arbeiten wollen. Ihr müsst, dass ich vorsichtig bin, denn ich bin ein bisschen sensitiv für diese Dinge. Aber wir werden das machen. Und dann, und dann, lastly, also, eine Sache für mich, das hat mich beeinflusst, durch dieses Projekt und nach Fukushima, ist es, natürlich, die Macht von Frauen. Es ist all diese Bewegung in Japan und überall. Also, da sind einige Leute, die hier auch, haben angefangen, von Frauen. Sie sind die Leute, die sagen, sie sind, sie sind, meine Kinder. Sie sind, sie sind, sie sind, sie sind, sie haben, 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 in fronten von Hotspots. Das ist verrückt. Und es war wichtig für mich, mit Frauen, in orderen zu machen, in orderen zu machen, in orderen zu machen, weil ich nicht sagen, dass die Männer gemacht haben, all die Nukleer Reaktoren und alles, aber es war das Feministische Aspekt, unserer Humanität, ist, ich denke, sehr wichtig, in orderen zu kämpfen, und zu leben, wie man so davon schreibt. So, are we going to open the exhibit now? Yes? Okay. Before, haben alle das verstanden? Wir haben jetzt keine Übersetzer extra engagiert. Hat jemand eine Frage? Dann erhoffnen wir die Ausstellung.